Wir beten uns in Tarifverhandlungen. Wir streiken heute, weil uns die Inflation eben so hart trifft. Wir haben einen Reallohnverlust seit jetzt mittlerweile zwei Jahren und wir können uns unser Leben nicht mehr leisten. Die Heizkosten sind extrem, das Benzin ist extrem. Wir müssen bei den Einkäufen jedes Mal überlegen, nehmen wir das Teil jetzt noch mit oder nicht. Wir brauchen das Geld, um unser Leben zu finanzieren und deswegen sind wir heute hier. Wir sind auf jeden Fall bereit für mehr Streik. Wir haben angefangen und wir werden nicht mehr aufhören. Das steht fest. So, wir were planning to get a train from Berlin to Prague, but yeah, we don't know if it's running and it's a bit unclear. So, we're just trying to figure out what we're going to do, like whether we're going to have to stay another night or, yeah, hopefully find a train that is still working. So, we're going to take a train of time. So, we're going to see you next time. Vielen Dank.